Guten Tag meine Damen und Herren, gibt es überhaupt einen Indikator, der alle anderen schlägt? Vermeintlich, nämlich den Supertrend-Indikator. Wie super der auch ist, das sehen Sie in unserem Video. Was verspricht der Supertrend-Indikator? Das möchte ich Ihnen hier am Beispiel des Deutschland40 zeigen. Die Indikatoren finden Sie hier in diesem Reiter und wie Sie sehen, wir bieten zahlreiche Indikatoren und Oszillatoren an. Und auch hier, da müssen wir ein bisschen runtergehen, da ist auch versteckt sich der Supertrend-Indikator. Wie funktioniert der? Wie können Sie das mit unseren Turbo24-Zertifikaten nutzen? Ganz einfach, in dem Moment, wenn diese Linie, die grüne Linie vorliegt, dann haben wir ein Kaufsignal. Und hier könnten Sie mit einem Zertifikat sich auf die Long-Seite schlagen. Wenn aber dann die Linie rot wird, dann sollten Sie die Long-Position schließen und dann gegebenenfalls auf die andere Short-Seite wechseln. Als Beispiel nehmen wir jetzt hier den 25. Oktober. Das war der Tag, wo der Supertrend ein Kaufsignal generiert hat. Und es hat doch einige Zeit gedauert. Nämlich bis kurz vor dem Silvesterabend am 30. Dezember hat der Supertrend-Indikator gesagt, bitte die Position schließen. Also Sie sehen, der Supertrend als sehr schöner Trendfolgen-Indikator, aber auch als Exit-Strategie. Dazu aber später mehr. Ja, wie super der Supertrend ist, probieren Sie es ganz einfach auf unserer IG Turbo24-Plattform aus. Wenn Sie weitere interessante und lehrreiche Videos zum Thema Technalyse finden wollen, hier sind Sie richtig. Und wenn Sie unseren Kanal abonnieren wollen, dann bitte hier. Ich bin auf die Lokal bei der Schlage dieses Geschenk-An conflict-Immelschrechten. Oh, danke.